UNTERTITELUNG Wenn ich nicht weiß, wie es war und zeige, wie es hätte sein können und erzähle das, wie es wahrscheinlich ist, dann ist doch die Wirklichkeit bloß noch eine Fragezeige. Was? Ist jetzt wirklich ein Film über Nittlermann? Nein, ich nicht, aber wir. So ein Blödsinn, so ein Schmarrn. Da kann ich mir aber gleich die Kugel geben. Der filmt gegen die ganze Welt an. Das ist zineastisches Harakiri. Und? Ecken! Ah, das ist... es geht! Wunderbar! Der Suchsi als Köppel ist großartig!